Bratans, Bratinas, Bratuchas, was geht ab? Ich hoffe, euch ein geht's gut. Jetzt, ab sofort, in Österreich, Bratte, überall, gebt euch, brah! Und in zwei, drei Wochen, in der Schweiz, du weißt Bescheid, Berlin lebt, brrrr! Bratans, Bratinas, Bratuchas, was geht ab? Ich hoffe, euch ein geht's gut. Kapi. Was ist denn? Meinst du, du hast mit der Uhr vielleicht ein bisschen übertrieben? Also, ich weiß... Rix, warum filmst du? Die gibt's nur dreimal in Europa und so, aber hast du, also, ist das irgendwas Besonderes? Hast du eine Stunde mehr am Tag, eine Minute mehr oder so? Ich bin so ein Wichster, warum übertrieben? Brat, die ist original besetzt, Brat, das ist das Besondere. Oh, original besetzt, zeig doch mal. Mal fick dich, Brat. Nee, hör auf, blendet. Ey, wenn es ein Brat hat, ich glaub, du hast echt, ich hab wirklich übertrieben, das blendet. Mit deine Uhr wäre übertrieben, lecker. Hier, nimm mal eine Sonnenbülle. Fick dich, hier! Oh, liebe Kinder, guckt mal, original besetzt, aber keine eigene Extrastunde auf der Uhr. Der Herr ist was Besseres. Guck mal, ich sag dir eins, fick dich. Ich, ich hab, ich hab alles auf, ey, ich nimm das auf. Ich schwör auf meine Mutter, überträg dich. Du Dreckiger. Au!